ARD Text im Auftrag von Funk Man sieht die Auge... Alter, was ist denn heute los, wieder? Mein Gott, Braum, Alter! Ey, was ist denn heute los? Sag mal, hallükel, wir kommen zurück zu der neuen Folge, Titete. Trouble in Terroristam. Warum lag der Server eigentlich immer, wenn beim ersten... Die Addons werden geladen. Aha, erstes Mal. Jetzt hier. Das ist ja mega mehrstöckig. Mega mehrstöckig! Mega mehrstöckig, ey! Boah! Alter, das ist schon wieder brav Füseldorfer Meinst du? Oh, hier ist ein Safe! Alter, hier ist Geld! Und Gold! Guck mal hier, Jay, hast du dein Gold platziert Das ist voll safe Gold, geil! Meinst du meine Feinunze? Ja, genau die meine ich. Ach, guck mal hier kann man... Ach, das ist ja interessant Und schon wieder ne Bombe Die liegt mit dem Tisch, Jay! Und du siehst sie nicht Ja, dann war es Jay wahrscheinlich Die liegt in der Mitte im Casino Alles klar, ich defuse sie Nein, warte noch, Bram, ich bin noch in der Nähe Alles klar Sepp is it! Sepp is it! Ich hab ihn erwischt Der hat sie nämlich geplantet Das hab ich gerade auch gedacht, deswegen hab ich nicht geschossen Naja, ich hab nämlich ein Wegrennen sehen Ich denk mir so, hä? Christian ist der andere Christian hat gerade Dalu weggerotzt Vor meinen Augen Ich bin hinter dir, Jay Er ist in der oberen Etage Moment, hat gerade Dalu-Kart weggerotzt? Ja, Christian direkt hier über uns Okay, okay, okay Und ich hab die Bombe, weise wer von Sepp Ich hab die aber mal krass defused, weil ich ein geiler Mofo bin Hinten, rechts von dir, Peter! Ja, das ist Christian! Alter, what the shit! Easy Ja, Quatsch! War eigentlich ziemlich gut platziert Aber die Bombe war ja echt geil Die liegt einfach mitten im Raum Ja, weißt du, ich war so gerade so total perplex Als du gesagt hast, ich dachte so, ey cool Da liegt ne Bombe als Deko drauf Oder so Und dann hat Sepp weg Und dann hab ich so, erst so piepen gehören Und dann so eins und eins zusammen Und dann krieg die Chippe Boah! Jays Kopf hat gerechnet Ja, das hat echt kurz gedauert Eins plus eins ist drei Eins, drei Dann warte ich total lange Bis halt keiner kommt Und dann lege ich die Und dann kommt immer einer Genau Dalu ist immer da Dalu ist überall Du hast ja bei uns Sneaky-Spot ausgesucht Muss man ja ganz ehrlich sagen Ja, mitten auf der Map, ey Ich hab gedacht, das hat richtig Style Style hat sie das Also ich fand die gut getarnt Also ich hab sie nicht so schnell erkannt Waffe Aber ich bin ja auch nur Playmobil Wer verfolgt mich? Dalu verfolgt mich Wir laufen nur zufällig in dieselbe Richtung Jaja, das will ich auch sagen Das ist zu stahl langweilig Erstmal duschen, ich stink schon wieder ne Runde Voll geil, dass man sich in der Dusche selber sehen kann Man kann sich selber angeilen an seinem Gemächt Was? Wo? Wo ist die Dusche? Rechts gleich Und dann wieder rechts Oh Gott Fick dich total Ist so! Warte, ich mach Platz Ich mach Platz, ich mach Platz Boah, Dalu verpiss dich Ich geh auch raus, da drin ist Können wir mal für die Zuschauer zeigen, ja? Jaja Boah, guckt euch das an, Alter Moment, geht die Spiegel Kann sich mal jemand an den Tisch stellen? Ja Was bist du da jetzt? Ja, ich steh da jetzt Achso, Moment Du willst mich im Spiegel Guck mal, ich seh dich auch im Spiegel Mich hat interessiert, ob der halt richtig funktioniert komplett Okay, alles klar Wir können wieder gehen In unserer Wege Hast du mich auch gesehen? Ja Nice Okay, ich geh den anderen weg Loll Wartest du hör Bram? Wartest du hör? Ne, Sepp, Sepp ist nur entgegen gekommen Okay Ich war schon wieder umgeregt Leute, what the fuck, da bist du ja schon wieder Hey, wo steht denn Dalu da? Ja Was ist das für ein Trick 17? Guck mal an Bram, Bram, Bram Wie Bram Oh Leute, wir laufen hinterher Ich bin immer noch da Davon ist Christian Hallo Bram Boah Alles gut Boah, wer ist denn da? Lass Dalu mal wieder alleine Ja, ja, ja Oh, wey Oh Gott Bram Und Peter Und Peter Christian ist mir gerade entgegen gekommen Das ist richtig Einer Wo kommst du denn her? Ey, ich lauf hier die ganze Zeit einfach nur rum Du läufst halt langsamer Was denn, Jay? Ändert das was, ob ich mit Rechtsklick ziele? Hm, nein Also eigentlich nicht Das ist nicht nötig Hier unten gibt es so ein Untergrundsystem So ein Tunnel, aber der geht nur um die Ecke Und dann ist der vorbei Okay Ich hab mich verarscht Ich hab mich verarscht Ich hab mich verarscht Ich hab mich verarscht Da stand ich gerade vor Wie geil ist das denn? Warum hast du das vorhin gesehen, dass der einfach nur ohne Erde ist? Weil ich da letzte Runde schon drin war Da wollte ich das auch schon fragen Aber da war gerade krasser Action Da konnte ich das nicht fragen Ich war gerade so mega Ich hab so mega gehofft Ich glaub wir haben einen Toon Ich glaub wir haben einen Toon Verstecken kann hier Ich find die Bilder voll cool Wir haben einen Toten Sepp, siehst du noch? Ich glaube Wir haben einen Toten Sepp Also ich seh hier Blut Chris Da ist nur alle da Wer hat dann geschossen? Ja, aber irgendeiner wird ja sich beschweren, nach der angeschossen wurde Ja, hier ist ja auch Blut Ja, eben Das frag ich Ja, aber irgendeiner wird ja auch hinterfragen Vielleicht aus Versehen zwei Traitor Also ich bin auch vor Jay vielleicht Hat wieder seinen Traitor-Kollegen angeschossen Ne, 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 ne Also ich hab bisher noch keinen Wundet gesehen Ey, da hat sich doch keiner beschwert, man Ja, warum sollte sich auch der Traitor-Kollege bei dem Traitor beschweren? Was willst du eigentlich wieder von mir? Ich hab noch keinen Wundet gesehen Wobei ich seh gerade generell keinen Der hat sich wieder geheilt, der Jay Ich lauf die ganze Zeit wie so ein Blemmerter einfach über die Map Alter Da läuft noch Machen glaube ich gerade alle Es laufen alle gerade über die Map Das war die Bombe sucht Ah, langweil mich Und Spaß, ich lauf die ganze Zeit hier rum, seh keinen Hä? Ja, dann läufst du wahrscheinlich genau mit dem Flow-Peder Ja, wahrscheinlich Das ist der Wahnsinn Ich hab jetzt bestimmt seit zwei Minuten keinen gesehen Wann ist eigentlich der Gang, der einfach nur in die Decke reingeht und dann ist es das? Also in die Wand meine ich Ja, das waren Jay und ich vorhin auch So Casino Royale Jay, wo ist das Geständnis? Rinneneva plü Rinneneva plü Rinneneva plü Ich seh ein Lebenszeichen Sepp Sepp ist aber noch healthy Hi Dalu Hey What the fuck Hey Dalu, Dalu ist bei uns Dalu ist bei uns Dalu ist bei uns Machen wir an, ich wollte den Nancy Johnny ist wieder markiert Raff Scheiße Du Fenner Wait Christian? Nein Peter? Wieso ist da Blut an der Wand? Christian hat sich gerade hier mit denen duelliert Was? Christian? Christian ist weggerannt hier oben Ja, sicher Christian ist da Christian verfolgt mich Ist Christian da safe? Wie? Christian verfolgt mich? Du bist damit vorbeigelaufen Du überholst mich und dann sagst du dich verfolgen Du kamst aus der Ecke raus und du bist kurz hinter mir her gelaufen Dalu ist tot Jemand hat er gemacht Ja, ich glaub Bram hat hier geworgen Bram hat gegrinst als er das gesagt hat Alles klar, so ist Bram mit Ist doch der nächste Tote, ey Christian! Sepp ist auch tot Was? Sepp ist gestorben? Wer ist Sepp? Es sind nur noch die Traitor im Leben Das fuckt mich jetzt aber ein bisschen ab Peter nicht so laut Ich muss deine Schritte hören Fuck! Holy Shit Ah Mal kurz was trinken Peter Das ist gemein Ich kann das nicht Peter! Na ja erstmal Christian wieder beleben Scheiße Ganz schön viel Stuff grade Ganz schön viel Stuff grade Dümdüdüdüdüm Peter! Versteck dich nicht in den oberen Etagen Scheiße hast du nen Radar, das find ich richtig kacke Das ist echt richtig kacke Ich hab irgendwie richtig viel Stuff am Punkt Und so, ich weiß auch nicht wo die alle herkommen Was? Ich hab Angst! Mama, der Druck ist nicht auszuhalten Geil, ich steh nur Ich steh nicht weit von dir weg Guck mal da liegt Jay Weiß nicht mal wo Jay lag Ah! LOL What the fuck? Boah, da ist der Bram aber ganz schön siegessicher, ey Ihr beide, da habt mich ver... Dass der mich one shot wird, damit hab ich jetzt echt nicht gerechnet Nachdem du getrunken wirst Vor allem, dass der einfach rauskommt und ihn einfach wegmacht Nice, Peter! Ich wusste halt wo Jay's Leiche war und hatte gehofft, dass genau das passiert Aber ich hab mich trotzdem mega erschrocken Vor allem, ich hab auch noch auf die Tür geguckt Aber der mich one shotte, das hätt ich echt nicht mit gerechnet Nice one! Mit dem Lachen, als du meine Leiche identifiziert hast Das war so geil Jemand hat Dalu umgebracht Ich fand's halt so lustig einfach nur Mit Dalu da oben wie so ein Affen rumsteht Da steht Christian vor dem und dann Ich hab's halt zu ballern und dann ja gut Dann Dalu halt zwischen den Fronten Ja, das war ganz gut so Ich hab mit auf Dalu dann schießen Ja, ich glaub sogar Christian hat mich getötet Ich check aber immer noch nicht, die Poison Gun, die funktioniert irgendwie nicht Ich kann damit... da steht Du hast ein Immo von zwei, damit schieße ich einmal Und dann kann ich damit nicht mehr schießen Und ich kann die auch nicht nachladen Auf der Map davor, wurdest du von mir vergiftet? Ja! Weil ich hab dich ja getroffen Das stimmt, aber ich hätte... Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich gerade Jay auch getroffen habe Aber da ist nix passiert Und wie gesagt, du hast ja eigentlich laut Anzeige zwei Schuss Aber der lädt dich nicht nach Und ich kann auch nicht zweimal schießen Du hast nur einen Schuss eigentlich Ah, so Jetzt haben wir doch mal ne schöne Löffel Also ich hatte damit auch noch nie zwei Schuss Jetzt einfach machst du da Wieso wirfst du hier einfach Shit durch die Gegend? Ich hab da einen Smog geworfen Was tut denn? DALO schießt! DALO hat Matt! DALO hat Matt! DALO hat Matt! Pitta! DALO hat Matt an! Wo ist DALO denn? Das ist jetzt die große Frage Oh, hab ich den da gerade oben nicht gesehen? Hier liegt Christian! Ne, das ist Jay Ah, das ist hier Das ist natürlich gut zu wissen Der ist irgendwo am Piano Oh, das ist Bram Piano? Sepp, Sepp, Sepp Oh, hier ist draußen Wo ist der? Wenn du mich jetzt Eiskat von hinten wegschnabulierst Dann werde ich ganz schön traurig Also nur DALO ist es bislang, ja? DALO ist in safe, ja? DALO ist in safe, ja? DALO ist in safe, ja? Dram, hilf mir! Fick dich! Du brauchst du gar nicht probieren Ja, richtig? Seh mache ich dich Für ein besseres Alibi Aber dann belebe ich mich danach wieder DALO hat sich irgendwo versteckt Natürlich hat er mich versteckt War das DALO? Ich glaub das war Ich glaub der ist hier drin Ja, der ist hier drinnen! DALO ist in der drinnen! Leute! Oh mein Gott, hab ich wieder schrotten! Sehr gut, Peter! Danke schön! Was habt ihr jetzt gemacht? Bram ist recht guter Team-Spieler. Vielen Dank, Bram. Leute, Sepp! Sepp hat auf mich geschossen! Ich dachte, du wärst Bram. Nee, Bram ist im Hexler, aber ich bin Traitor. Peter, Alter! Oh, wie ihr euch dagegen seid. Sie sind auch da! Du machst mich weg! Scheiße! Das war nicht so gut! Ich hatte die Chance, gut zu werden, diese Runde. Wieso kenne ich eigentlich immer dich? Wer du innocent bist? Du warst aber auch mal besser in TTT. Ja, das stimmt. Und zwar genau vor einer Runde war ich besser in TTT. Boah, Alter, wir hätten den so easy machen können. Und dann schießt du mal den Hinterkopf. Wartest du mal... Sorry. Ihr seid echt Vögel. Mann, und ich denk da noch so, oh scheiße, da ist ein Jay angeschossen. Kacke, nee. Ja, irgendwie ganz komisch. Ich hatte keine Muni mehr plötzlich in meiner Shotgun. Ich wollte dich eigentlich auch abschießen. Mann, die kannst du wegwerfen. Was hat das eigentlich mit dem Hexler auf sich? Dann kannst du halt Leichen komplett verschwinden lassen. Also, Trader-Leiche einfach rein. Kann ich wiederbelebt werden. Bäh. Ich will noch mal ne Waffe vertragen. Ja, ich auch. Bin gerade auch ein bisschen verzweifelt. Warum verfolgst du mich jetzt? Mach dich jetzt. Gute Rollenverteilung gehabt? Na guck mal, Christian auch. Weg. Weg. Du hast mich angeschossen, du Arsch. Ja, du läufst doch vor mir rum und ballerst rum. Ich komm nicht klar auf diese Map. Irgendwie glaub ich, dass das crazy ist. Ja, glaub ich auch. Wobei, so viel Punkte hab ich noch gar nicht. Warte mal. Ja, stimmt. Sepp, Sepp, Sepp. Du hast noch 79. Sepp würde sich viel, viel mehr aufregen, wenn der innocent wäre, wenn er abgeschossen wurde. Ich hab mich auch nicht so aufgeregt und deshalb Christian abgebollert. Naja, das wäre ein bisschen lauter. Vor allen Dingen hast du noch 79, ich hab 75 Leben, Sepp. Das schreibt nach Rache. Du hast mehr Leben als ich. Sepp, was machst du denn hier draußen? Ich werd beschossen. J is it. J is it. Fuck you, Christian. Sepp, guck mir erst nach. Dann schießt du mich einfach ab, ey. Du wartest hier draußen. Jaja, komm. Komm, Bram, komm. Aber Christian! Geh hinter die Säule wenigstens. Ich weiß, das ist euch angegangen. Hallo. Ich habe Christian... Nicht so, ey. Nicht so. Oh, der eine lebt sogar noch im Dead Ringer. Wer ist denn das? Ich möchte einmal kurz... Der Pete. Der Pete ist am Ringern. Vertraut niemandem. Vertrau mir. Der Pete ist am Ringern. Der Pete ist am Ringern. Der ist der Wungen direkt weggefickt. Wer war denn jetzt Traitor? Bram und Sepp oder was? Bram und Pete. Weißt du, Christian kommt schießend da an, nur weil ich da draußen rumstehe und mit der Sniper irgendwas mal versuchen wollte. Du standst, du standst irgendwo draußen rum und das sah so aus, als würdest du dich gerade nicht entscheiden können, was du kaufst. Meinst du, nein? Nein? Ich würde mich doch nicht draußen offensichtlich irgendwo hinstellen und verkaufen. Draußen ist nicht so offensichtlich, weil meistens alle drinnen sind. Das erkennt man doch. Ja und deswegen habe ich... Na egal. Heute ist geschlossen. Ne, das geht nicht. Rechte Maustaste, rechte Maustaste mit dem, mit dem... Alles klar. Hallo, Dalu. Wie konnte man denn jetzt hier nochmal... Oh Gott, jetzt bin ich so verwirrt. Schießt er mit dem Melon Launcher darüber. Der hätte doch klappen können, oder? Ja, ich bin dann Dalu hinterhergerannt und wollte den machen, aber der ist halt echt gut auch. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber Dalu... Ha! Ah! Die wird direkt geschossen. Und Dalu ist direkt weggemacht worden. Und Dalu lacht sich ein. Ja, Dalu. Simp hat nicht. Ich hätte doch nicht meine Lobeshybne unterbrochen. Also Simp hat nicht, dann war Jay, Jalu oder Bram. Jay war nicht. Jay war nicht. Jay war nicht. Das ist ne Lüge. Das ist ne Lüge. Aua! Hilfe! Ich mach dich fertig, Jay. Jay war es. Rett. Jay hat jetzt Zip gemacht. Äh? Ich hab dich gemacht. Brammen! Ah! Schnelle Runde, ne? Der Skypen-Spieler vor einem herrennt ohne Waffe. Ich hab mich echt ein bisschen gehofft, dass ich Traitor bin. Was soll das jetzt? Dalu! Du... Du Lutscher! Oh! Warum konfirmst du den? Das macht doch keinen Sinn! Ich musste gucken, ob der jetzt diesmal wirklich tot ist. Der steht immer wieder auf. Du hast die Melone überlebt, du hast sie voll ins Gesicht bekommen. Ja, die Melone ist sonderbar. Ey Jay, wie hast du das eigentlich gemacht direkt am Anfang? Ich war direkt... Ich bin die ganze Zeit hinter dir hergelaufen mit der Schrotze. Und du hast das nicht gemerkt. Und du hattest noch keine Waffe. Und da dachte ich mir, Traitor sein, Traitor sein, Traitor sein, Traitor sein. Zack! Na Quatsch, Traitor! Das war richtig scheiße! Das war ganz schön geil! Ich konnte lustig! Das musste ich mal meine fiese, ungleiche Macht ausnutzen. Oh nein, die Schottgun ist weg! Kacke! Ich versuche am Anfang immer den Weg zu finden zu diesem Treppenhaus. Aber ich finde ihn nie. Wäre geil gewesen, wenn ich jetzt auch Traitor gewesen wäre und Jay da nicht gecheckt hätte und mich trotzdem... Immer noch keiner... Nein, 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 da habe ich natürlich drauf geachtet. Hätte ich da eine Line belassen. Okay. Weiter. Willst du hier eine? Ich gebe dir eine Shotgun. Komm, hier, ehrlich! Lieg dir! Ich habe doch schon die ganze Zeit eine Schrotze. Ich dachte, du wärst da los und würdest sagen, hey... Wir müssen das einmal zusammen schaffen. So! Oh, ich hasse dich so sehr, wa? Ich würde ja am liebsten jetzt schon wieder den Kopf schießen. Jay, wieso verfolgt du dich? Was hast du? Hast du einen Radar? Willst du mir auch eine geben? Ja, ist der Radar, ja. Hallo! Nö, jetzt verwert das. Jetzt verwert sich, Junge! Machst du Jay? Ich mach Jay jetzt. Ram, der ist hier bei mir, da wo du gerade weg ranst. Ja, ich renn' grad vor dem Weg, ist mir egal wo der ist. Ich renn' vor dem Weg, ist mir egal wo der ist? Ja, sondern welches der in mir ist. Dieser Stuff Room ist ganz beliebt. Wenn Dalu Traitor ist, dann nutzt er immer in der Nähe davon. Ey, ihr Schweine! War eine wichtige Information! Jay? Macht euch nur über meine Aussprache lustig. Erschützen dich die Pokerchips, hä? Die gehen eigentlich kaputt. Ja, das geht nicht. Eigentlich sollten die kaputt gehen, wenn man die gegen die Wand pfeffert. Plup! Bitte nicht! Warte, ich will die gegen die Wand schmeißen, wenigstens vorher noch. Warum willst du denn hier auf mich werfen? Ja, sie sind kaputt gegangen. Wer wurde geboren? Ich? Was? Ich bin gerade aus so einem Schacht rausgekommen. Bram, bei mir sind Glied und Jay. Der Zuhause war wie eine Geburt. Äh? Jay hat mich einfach wieder verfolgt. Leute, wo kommt Bram denn jetzt her? Ja, mach... Ich nehm den rechten. Wollt ihr ihn machen? Ja, ich nehm... Ich nehm den rechten? WTF? Alter, die Map sieht einfach mega geil aus. Nein, ihr! Der ist halt so sauber. Ähm, der, der, der Sepp, Sepp ist... Der ist noch nicht tot. Der ist noch nicht tot. Natürlich! Er ist tot. Nein, ist er nicht. Ist nicht im Dead Ringer. Bram hat ihn gekillt. Der hat mich zuerst angeschossen. Hat er nicht. Ich hab das gesehen. Doch, hab ich. Bram... Warte, so. Er labert. Bram... Okay, Dalu ist es. Dalu ist es. Dalu ist es. Die Leiche ist doch verschwunden. Wir müssen Dalu machen. Dalu ist hinter dir, Jay. Der verpisst sich gerade dahinten. Ey, hör doch auf! Du machst einen Fehler, Jay. Oder du bist Traitor. Dalu, warum ist das für Sepp, Alter? Der arme Sepp. Oh, Spaß. Die Leiche ist wirklich verschwunden. Also Sepp ist... Christian ist die andere. Der hat auch Dead Ringer. Natürlich. Alle haben Dead Ringer. Die Bram hier her schießen. Nein, pass auf. Die Leiche verschwinden sich auch sofort. Ja, ich weiß. Glaube ich das. Du bist so nixamer, als du Chris und Sepp sind. Okay, okay. Also ruhig auf Dalu. Da oben ist er. Oben? Hier oben. Boah, jetzt werdet ihr aber... Hab Christian gekillt. Ich glaube, Dalu hat es erwischt. Wer ist das? Ja, Dalu hat es erwischt. Wer ist das? Schade. Oh, Bram hat es auch erwischt. Jay, Jay, nur noch Sepp. Wir sind zu zweit. Wer ist das? Peter, hinter dir! Ha! Spaß! Motherfucker! Was machen wir denn jetzt? Äh... Sepp killt. Okay. Oder du überraschst alle und killst mich jetzt auf einmal. Und dann bin ich sauer auf dich. What the fuck? Willst du mich verarschen, Jay? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Willst du... Willst du mich verarschen? Wieso schießt du denn auf mich? Jay! Keiner lacht. Jay ist so ein Mongo. Wie viel kann Sepp noch haben? Ah, nein! Da guckt er genau noch wieder zu. Jetzt hat er wieder 19 Punkte. Scheiße! Jay! What the fuck? Das war... Keine Sau lacht, Jay. Das war mega unlustig. Ich fand's so... Vor allen Dingen hast du dich vorher noch mega aufgeregt, dass ich dich angeschossen habe, obwohl ich da eigentlich einen Grund aus meiner Sicht war. Und dabei bist du ja der am meisten heute, wenn man random killt, ja? Ja, aber Peter hat... Oh, jetzt geht das wieder los. Nee, nee, Bram. Nicht hier den Elefanten in Porzellanlach machen. Nee, Peter hat mich halt so, so, so quasi wieder manipuliert, dass ich ihn abschieße. Ja! Genau! Ich bin schuld, dass du mich abgeschossen hast! Haha! Ich wär jetzt total sauer, wenn du das machst! Peter, du bist die Waffe gelaufen! Dann hab ich dein Rattete in mir und dann dachte ich mir, boah, jetzt muss ich dich zumindest einmal anschließen. Alter Vater! Ja, Jay hat gesehen, der kann nicht mehr gewinnen und dann wollte der Elefanten nur noch Peter abfacken. Das ist wieder Öl ins Feuer, wie immer. Ja, das... Weißt du, das war echt... Die Map haben wir doch schon! Das ist halt wieder voll, Jay. Könnt ihr euch ja in die Kommentare schreiben, wie toll Jay ist. Haut rein, bis sie ist. Oh, tschüss!